Hey, willkommen zu einer neuen Folge mit dem Soccer FF43, Jemen! Heute spielen wir mal hier eine Runde. Ja, sogar schon. Ballstuff. Und dann gibt es wieder ein paar neue Angebote hier. Die kann ich kaufen. So, Testspiele stellen. Was denn hier? News. Oh, Lady. Aber ich habe jetzt nicht verstanden, es geht darum, in dem Spiel darum, diese Juwelen zu sammeln. Wenn man genug Juwelen hat, hat man im Endeffekt nämlich dann gewonnen. Ich wollte hier noch was ändern. Ich kann nämlich den hier auswählen. Dann habe ich, das ist nur eine andere Skinform, so gesagt, von... Na, ich würde gerne mal hier runterwählen. Ja, das ist halt alles für sowas. Und sowas habe ich halt auch noch gar nicht so durchgegeben. Das war doch nicht bei mir in Frage. So, Spielersuche. Gefundene Spiele 66 hier. Let's do this! Ich habe gerade zwei und es geht sich darum, wenn ich... Wer dann am Ende nämlich die meisten hat. Jetzt habe ich sogar drei und wir müssen jetzt versuchen, so viele wie möglich zu sammeln. Weil der, der am meisten hat, gewinnt dann das Game. Ende. Und wenn man einen killt, kriegt man die vom Gegner. Also... Schon simpel, kann man sagen, aber auch hat nicht das Einfachste. Jetzt hätte ich jetzt hier sogar schon gut aufpassen müssen, weil die sind so gut wie sogar schon am Ende. Ich meine, aber halt einer, der auch gerne halt auch richtig schön auf Krillz halt aber auch drauf geht. Jetzt hätte ich sogar Sprinter, weil wir einfach auch schon so viele haben. Aber sie könnten auch gewinnen, wenn sie jetzt ganz schön eins von uns hier killen. Also dann hast du halt immer noch so eine ganz kleine Chance. Ja, da habe ich nochmal schon mal meinen Kill geholt. Oh, der hatte sogar schon zwölf Punkten. Zwölf von diesen Griffen. Das war immer eine andere Runde. Aber er hat sogar schon den Schwimm. Respekt. Sieg. Und Ausstieg. Ja, ich muss eigentlich leider nicht mehr sagen, wo einer sogar schon geliebt ist. Rang 2. Und hier sammeln wir halt Sachen für eine Truhe und dann am Ende können wir den hier öffnen können. Noch eine Runde. Man muss natürlich auch erst mal alles verstehen, weil es klar eingeht. Das ist jetzt gerade auch nicht die einfachste Sache hier. Ah, wir sind schon bewegen. Ah, super. Oh, ich bin ja der. Oh, fuck. Ich bin schon starb. Hier reine ich mich dann mal ganz schön. Okay, gut. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. nicht immer so. Blast Team Countdown. Er kann. Jetzt habe ich keine Juwelen, ich kann jetzt richtig schön drauf gehen. Komm schon, den Kild würde ich gerne noch einkassieren. Nein, fast noch ein Kild. Wir haben aber noch 16 zu 0 gewonnen. Power 2. Power 2. Power 2. Power 2. Was ist das da? Oh ja, nein, nein. Hallo? 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 Nita. 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 Eins von sieben Bordern. Meilenstein. Nita greift ihre Feinde mit einem... ihre Feinde mit einer dornenden Schockwelle an. Mit ihrem Superskill beschwört sie einen Bären, der sie im Kampf unterstützt. Hm. Interessant. Ich flieh ihn einfach mal aus. Nita. 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 Rössag. Nita. Nita. Krieg in den Kids, Vet Und hier in der Mitte werden wir außerdem noch geheilt. Ich habe neun Juwelen, das heißt, ich bin sogar der der Meisten die hat. Zwölf Stück, ich habe einfach neun gesammelt. Neun Stück. Und ich bin der Zocker. Ah, das gibt für jeden also auch so einen bestimmten Rang. Interessant. Und ich kann auch mal ne Box öffnen. Oh ja. Und zum Münzen. Dann Shelly-Punkte und Power-Punkte von Nita. Oh. Du erhältst. Nächstes Ziel, das Ereignisse Showdown. Keine Ahnung. So, dann mal gucken. Kann ich irgendwas verbessern? Nein. Es gibt einfach so hart, so viele. Es ist nicht schlecht, muss man sagen. Aber ich würde glaube ich sogar noch eher immer noch auf die hier setzen. Aber jetzt würde ich auch immer sagen, das war's mit dem Video. Ich würde einfach mal sagen, tschau Leute. Ich würde einfach noch ein bisschen zocken und so. Mal sehen, wie wollte ich kommen und dann einfach tschau. Also will ich nochmal essen, okay. Und also solche 하나.